Ich bin mit euch durch. Ihr werdet aus dem Meer entführt. Scheiß aufs Experiment. Was haben Sie mit mir gemacht? Das Schock von der Güter in der Welt. Lohne, Proletos Feuer. Alles verheiratet. Alles grünt heiße Metall fassen. Gute Idee. Äh. Ja. Ja, wir müssen jetzt hier. Bei der mangelnden Zeit hier. Das wird nervig werden mit der Zeit. Au, 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 heiß Hände. Ja. 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 ist lang natürlich da habe ich mir schon gedacht dass wir mit dem gegen gegen kämpfen müssen dass er sich nicht nur eine die 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 Da drüben muss ich lange. Oder wo? Ach, hier oben. Das Ratz. Geht's hier lang? Ah, ein Rätsel. Oh. 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 Okay. Der eine hat hier einen. Was soll ich denn da machen? Wir versuchen alle drei raus. Und hier rum. Okay, das war falsch. Ich sag nicht, ich muss den ganzen Weg nochmal laufen. Doch, genau das müssen wir. Ja. Das level wird nervig. Ich glaub wir sollten öfters mit Mörer spielen. Wenn die Gegner so fertig fliegen können. Ich hab mich hier ein bisschen unterschätzt. Wenn ich das Brichelsen ein bisschen unterschätze. Jetzt hoffe ich. Aber ich glaube, schön. Aber ich finde die Töne von drei Stute bleiben zu sp Spaß. Haha. Gott. Na dann, ähm, der Recht ist es nicht. Zwei für links, dann haben wir noch zwei weitere Versuche. Ok, rechts und links ist es nicht. Dann haben wir jetzt eine 50-50 Chance. Ich hoffe, wir müssen das nicht viermal machen wie wir. Dann haben wir wenigstens Übungen beim vierten Mal. Jetzt machen wir das mit einem anderen Reihenfolger. Sehr schön. Dann haben wir jetzt den Gegner mehr gehabt. Aufstand. Und... Wenn sie jetzt hier glaube ich nicht hatte. Dann werde ich den übersehen. Dann können wir das mit einem anderen Reihenfolger. Dann können wir das mit einem anderen Reihenfolger. äh, hier geht's dann um das wird irgendwo gar nicht fertig gemacht von dem Gegner oder was ah, der Gegner, den wir übersehen haben jetzt, bis der auch nochmal vorbeikommt links oder rechts, links oder rechts, äh, links ich darf jetzt mal machen ich hab so gewusst das letzte ist natürlich was sonst mittig rechts gar nicht lustig, wenn ich ein drittes Mal spielen könnte und wir das schalten wir den mal jetzt schon aus da bin sonst könnten wir hier schon mal vorlaufen vermisch woher hier hier ist hier 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 Bleibt hier noch eine Chance. Hä? Wie kannst du das nicht sein? Also alle nicht. Das ist alles falsch. Hä? Das alle vier sind falsch. Das verstehe ich die Welt nicht mehr. Was ist denn da jetzt hier? Fantastisch. Die sind erst tot, wenn man über sie rüberlaufen kann. Ach du Scheiße. Ich vergaß, dass das Spiel parallel stattfindet. Dann müssen wir einfach noch warten. Komm, ich will das jetzt kein sechstes Mal spielen. Okay, was machen wir hier? Die vier Hebel, die vier Hebel sind keine Lösung. Wir haben dafür immer Zeit. Jetzt vergiss das. Okay, hier ist nichts hinter. Ist das jetzt das Ding? Da wo Claire steht. Da passiert jetzt was. Das haben wir zufällig generiert. Das haben wir doch in einem der Versuche ausprobiert. Das geht natürlich nur, wenn es weiß, wer da hinten ist. Das war so schön für dich. Komm, verschwinden wir von hier. Ja, komm, wir zu. Ja, dann komm, wir zu. Und das noch nicht. Die Aufseher, dann weiß doch alles. Welchen Grund sollte sie haben. Ich würde kurz zu retten. Die Infos, es gibt doch Infos über die Armbänder. Das wäre jetzt so ein Spachsinn. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Runter damit! Scheiße! Ist er bei Terra safe? Ich kenne nicht Ding, wovon du redest. Kein Armreif. Warum haben sie keinen Armreif? Sehe ich etwa aus wie Frau. Heilige Scheiße, alter Mann. Wissen Sie, was hier los ist? Sie müssen hier abhauen, bevor es zu spät ist. Niemals! Ich bleibe meiner Heimat. Geht jetzt weg. Ihre Leute kommen zu unserer schönen Insel und nimmt einfach alles weg. Was auch schlimme Dinge passieren. Fragt nicht meine Hilfe. Ah ja. Sie sterben in eurem eigenen Ort. Hier ist meiner. Sinnvoller, witziger Färter. Ich habe solche Tüten echt satt. Du meinst... Kapazitätsstube 3 haben wir bekommen. Das hat noch gar nichts. Solche wie Barry. Du sagst, hey, geh mal nach links. Und er geht nach rechts, nur damit er recht haben kann. Ja. Mit meinem großen Bruder war es als Kind auch so. Ich baue ein einziges Mal Mist und... auch ohne sein Nachhilfe würde ich mich nicht mehr. Ah ja, Fliedermäuse. Gibt es hier auch innen keine Allergatung? Ich hoffe nicht, weil von denen sind wir nicht bloß dazu. Gibt es hier auch innen keine Allergatung? Oh... Es gibt auch Schlimmerzusätze für den Allergatung. Was soll bleiben? Wie ineffektiv ist eigentlich eine Feuerwaffe? Wir müssen doch uns... Warum brennen wir eigentlich danach noch? Es löscht uns ja sofort, wenn wir hier... Natürlich keine mehr Zoom mehr. Ja, aber ich habe keine mehr Zoom mehr. Wie war das nochmal? Dann wird geliefert. Eine Brennflasche. So. Ins Wasser. Wir müssen jetzt zu Tote messen. So, jetzt auch. Schmeiß dich einfach mal ins Wasser und du brennst. Wir müssen jetzt so machen jetzt nicht. Und wir haben ja noch... Heilung, Funk, Funk, Verwandte. Und wir haben ja nicht gesehen, ob man mehrfach drücken muss oder... wenn du betreten musst. Oder gar nichts. Wir müssen uns aber nicht. Ich finde, das ist wahr. Und wir brauchen uns nicht mehr. Wir liegen bleiben. Na, fantastisch. Müssen wir hier weiter oder kamen wir hier her? Hier kamen wir her, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier kamen wir hier. Hier kamen wir hier. Das sieht schon richtig aus. Und das war ja klar. Was es jetzt hier eine Brücke gibt. Ach du Scheiße. Oh, ich hab hier nun mal nie mehr. Ich darf den messern. Na fantastisch. Ich bin ja nicht mehr. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Danke sehr! Na, gleich noch. Selber. Ah, aber nicht so. Das ist ein bisschen eine Heidung über. Na so, wir kommen jetzt da hoch. Ach, wohl doch nicht. Folg mir. Ja, verstanden. Okay. Ich hoffe, wir kommen keine weiteren Gegner. Ich habe ein bisschen Monizum gefüllt ohne Waffe. Oh. Das habe ich gebraucht. Oh, das habe ich gebraucht. Oh, das habe ich gebraucht. Das war so klar. Oh. 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 In Couste. Oh. Hey! Das macht man aber nicht. Das glützt sich so nicht. Einfach runterschubsen. Das macht mich in der Post. Das macht mich in der siten. Das macht mich in der Lage. Das macht mich in der Tatmacht. Keinne mit den Schwenkarten. Das macht mich auch. Das macht mich. Das macht mich. Das macht mich. Nee, komm, ich seh hier nix. Nee, jetzt soll ich totbenachtig sein, es ist dreckig hier. Seh point hier. Jetzt müssen wir uns durch die Scheiße nochmal durch. Jetzt müssen wir uns durch die Scheiße gehen. Ja! Schnell durchrennen. Ach so eine Scheiß, hier sterbe ich doch. Etwas fies hier unten. Keine Munition, keine Munition. Gut, was ist das hier? ist er ganz drück oder was mit dem bot auch noch was und hoch hier endlich aus der scheiß raus hier wahrscheinlich zu früh gefreut aber hoffen besteht dass wir die kanalisation verlassen dürfen so Untertitelung des ZDF, 2020